Hallo und willkommen zum nächsten Quick-Tip von Janus Engineering. Heute schauen wir uns nochmal einen weiteren Kniff zur Flächenauswahl an. Folgendes Beispiel, ich habe eine Platte mit einer gewissen Form da drin und ich möchte nun sämtliche Wände dieser Platte hier einmal abzeilen mit einem Kugelwerkzeug. Allerdings möchte ich die Flächen, die hier grün dargestellt sind, nicht auf 0 bearbeiten, sondern Ihnen noch ein Aufmaß vergeben. Tja, okay, wie mache ich denn das am schlauesten? Zunächst einmal öffne ich hier meine Area-Mill-Operation und sage Bearbeitungsflächen angeben. Wie in unserem letzten Quick-Tip schon vorgestellt, werde ich jetzt hier die Flächenselektion einfach mal entfernen und kann hier die unerwünschten Flächen hier auch deselektieren. Und jetzt aber habe ich hier meine 133 Flächen alle ausgewählt. Und wie gesagt, ich möchte an diesem Bereich ein Aufmaß vergeben. Innerhalb der Bearbeitungsbereichsauswahl hätten wir die Möglichkeit, noch sogenannte angepasste Daten zu vergeben. Das heißt, ich gebe hier der selektierten Geometrie noch ein Aufmaß mit von, ich sage jetzt einfach mal, einem Millimeter. Mein Problem hierbei ist aber, dass dieser eine Millimeter für sämtliche selektierten Flächen aktuell gilt. Wie können wir das jetzt umgehen? Ich trage jetzt hier wieder 0 ein und deselektiere das Aufmaß. Der Kniff für heute ist folgender. Wir gehen in diese Liste, wo es heißt Anzahl der Elemente 133. Ich mache einen Rechtsklick rein. Letztes Mal haben wir schon Auswahl, Wecke, Entfernen kennengelernt. Diesmal schauen wir uns dieses Erweitern an. Wenn ich das hier nämlich auswähle, legt er mir sämtliche Flächen separiert hier in die Liste rein. Da ist jetzt zum Beispiel die erste Fläche, die nächste Fläche ist die da an der Seite und so weiter. Also ich klicke mich jetzt hier einfach mal durch und da können wir schon sehen, welche Flächen hier jetzt angegeben sind. Klicke ich jetzt meine erste grüne Fläche an, springt er mir hier schon in die Zeile 79 hinein. Und auch hier kann ich jetzt sagen, ich möchte für diese grüne Fläche ein Aufmaß geben von einem Millimeter. Die nächste grüne Fläche ist hier unten. Ich möchte auch hier ein Aufmaß von einem Millimeter vergeben und zuletzt der Radius da unten. Auch hier möchte ich ihm ein Aufmaß von einem Millimeter vergeben. Wenn wir uns jetzt hier die Liste anschauen, scrolle ich einmal ganz runter, dann sehen wir eben hier die 133 Flächen separiert aufgelistet. Hier in der Spalte, wo es heißt Angepasste Daten, kann ich nun jetzt relativ schnell feststellen, in welche Fläche habe ich denn jetzt noch ein Aufmaß vergeben. Ich klicke rein und gucke an, im oberen Radius habe ich noch ein Teilaufmaß von einem Millimeter. Ich bestätige mit OK und erzeuge meine Operation. Schon sehen wir meine Werkzeugbahnen. Und wenn ich jetzt das Werkzeug zum Beispiel an die graue Fläche mir hinlege, dann sehen wir, hier haben wir Kontakt zwischen Werkzeug und der grauen Wand. Wenn ich jetzt aber das Werkzeug in den grünen Bereich reinlege, dann sehen wir, dass hier zwischen Werkzeug und Wand schon noch ein bisschen Aufmaß dabei ist. Vielleicht noch ein kleiner Zusatz-Quick-Tipp für dieses Mal. Wenn ich jetzt hier auf Ansichten oben gehe und sage, ich möchte eine Schnittansicht hier bearbeiten, dann habe ich hier die Möglichkeit, meinen Schnitt irgendwo im Raum reinzulegen. Was ich immer ganz hilfreich finde, ist, ich klicke einmal den Mittelpunkt hier an, des Koordinatensystems und klicke einfach auf das Werkzeug. Als nächstes richte ich die Z-Achse in diese Richtung aus und schon habe ich eine viel leichte, zugänglichere Ansicht zu Werkzeug und Werkstück. Und da sieht man jetzt eben auch wieder, da ist jetzt ein Millimeter Luft zwischen Werkzeug und Werkstück. Wie schaut es da hinten an der Wand aus? Ich lege das Werkzeug da rein, ich gehe erneut den Schnitt bearbeiten, lege mir den Mittelpunkt wieder auf das Werkzeug und verdrehe die Achse entsprechend in die richtige Richtung. Denn hier sehen wir, zwischen Werkzeug und Werkstück ist ein Aufmaß von 0 Millimeter vorhanden. Das war es für dieses Mal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch natürlich für die ganzen Likes, die Sie uns hier auf YouTube hinterlassen. Und natürlich freuen wir uns wie immer über ein Abonnement von Ihnen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!